Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Arbeiterin-Folge for Honor mit mir, Playgestalt und iTouch. Yo, sag'n gegrüßt. Wir spielen wieder eine Runde Vernichtung, allerdings diesmal gegen die KI, denn es gibt Aufträge zu machen. Oh, hier. Ha-ha! Oh, daneben. Oh, getroffen. Autsch. Und ein Autsch, schade. Hey, 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 nix da. Och, sie hat's Augen genommen, die blöde Kuss. Oh, oh. Ich finde ein kleines bisschen aus der Atem, aber ich glaub, das stört er nicht. Kurz durchpusten. Oh. Ah! Nein! Bam! Bam! Und nochmal! Aufgespiegst! Ich hab mich drüber gekrümert, kein Problem, alles, kein Ding. So. Wo haben wir denn hier noch ein paar Kollegen, die man fertig machte? Ich glaub, das hat sich grad erledigt. Ja. Ich krieg mir noch einen Bonus. Oh, ich steh grad saucool in der Luft. Oh, nein! Hä? Einer von uns ist tot. Oh, doch. Und gewonnen. Oh, das war jetzt nicht so schwer, ne? Nö, nö. Hey, der hat meinen Boost nicht genommen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Der schöne Boost. Der schöne, schöne Boost. Also, und da wir gegen die KI spielen, ist auch jegliche, äh, Schadtat erlaubt. Das sind ja keine, äh, au. Keine, äh. Diese blöde Truller-Duell. Huch. Autsch. Das ist aber nicht nett. Nö. Und, erledigt. So schön mit links und mit rechts, so mit links und mit rechts. So, wo seid ihr? Zack. Das ist doch zu einfach. Ja, noch. Also, wie gesagt, wir spielen den Modus zum Echtern eigentlich auch nur, weil, aus einem simplen Grund, E-Touch einfach zu schlecht ist für die richtigen Gegner. Der Grund war wahr. War, 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 war. Und da haben wir gewonnen. Cool. Nein. Äh, es gibt ja immer so schöne Aufträge, die man machen kann. Warte mal, kann ich hier den Gegner beleben? Oh, scheiße. Yeah! Ey, was soll das? Noch einer hinterher. Drecksack. Nein. Es gibt Aufträge, die wir erledigen können, müssen. Und da sind unter anderem fünf Vernichtungs-Matches. Wow. Gegen so blöde KI. Oh, daneben. What? Und mit links. Und nochmal von oben. Schöner Treffer. Und wieder aufgeschnitten. Das läuft ein Mann frei hier durch. Die KI geht auch ganz schön schnell drauf, bis auf einer von uns, der ist auch draufgegangen, weil er ein Lappen ist. Deswegen beleben wir ihn nicht wieder. Autsch. Huh. Das ist ein Gitter. Und zack. Ich hab ihn. Hey, renne ich weg? Oh, oh. Hey, der hat mich ungeschmupst. Und nochmal. Und nochmal. Das war jetzt nicht so schwer. So, habe ich schon gesagt, warum wir jetzt den Modus spielen? Ja, hab ich ja. Hab ich gesagt. Wir machen natürlich immer zwei Matches, beziehungsweise je nachdem, wie es läuft. Drei. War jetzt nochmal schön gewonnen. Wir haben nochmal schön durch. War herrlich. So, wir haben schon das erste Match gewonnen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt noch ein Ründchen dranhängen. Ich bin natürlich auf Platz 1 gelandet. Wer hätte das gedacht? So, ich hab vor der Aufnahme übrigens ein, zwei Ründchen gespielt. Und da war genau dieser Bildschirm. Die Daten können nicht synchronisiert werden. Ach, guck mal. Es hat funktioniert. Jetzt hat es geklappt. Weil die Server von Ubisoft einfach scheiße sind. Äh. Juhu. Nehmen wir es beim Namen. So, ich hab... Der hat eine gute Verteidigung. Hör mal. Let's go. Weiter geht's. Ich muss mal ganz kurz in den Charakter. Weil das kann man ja zeigen. Was hab ich denn? Ich hab das Ding hier dran. Ausdauerkost und Verringung. Vielleicht sind wir alleine. Dann war ich. Und? Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir haben könnten. Ist alles nicht so einfach. Der ist genau identisch. Ach, gegen die KI kann man auch durchaus mal die Ausdauerverringerung reinmachen. So. Was hab ich gesagt? Geht weiter, ne? Äh, ja. Jihau! Entschuldigung. Ich musste mal ganz kurz mein Loadout anschauen. Dein Ziel ist es, natürlich mit dem Lorebringer endlich mal Prestige 1 zu erreichen. Und ich denke, dann werde ich auch mal einen anderen Charakter nehmen. Ihr könnt ja mal schön in die Kommentare schreiben, was ich denn so... Was ihr euch so denkt, was ich nehmen könnte. Ich hab da, äh, wieder diesen Warden im Sinn. Der ist eigentlich der einfachste Charakter, aber der sieht auch verdammt cool aus, dass der den Eye-Touch-Card spielt. Aha! Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht Viking, aber ich kann eigentlich... Ich tu mir da bei sowas, da ist die Wahl so groß, da tue ich mir verdammt schwer. Also du hast wirklich hier so viele Möglichkeiten. Hm. Zu viele. Ob du sie gelevelt hast, dauert es ja auch ewig. Ja. Also man muss sich da schon durchaus was... Ey! Die blöde Kuh. Hallo, dringend mal! Entschuldigung. Oh, die piekst! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Oh, der Kollege ist fliegt so müde. Haha, hab dich! Nummer 1 sei es erledigt. Ah, der war ein geiler Kill. Kannst sagen, was du das willst. Okay. Ne, okay, ja, wobei, kannst auch sein. Da muss man auch ein bisschen Geschwindigkeit für den guten Mann. Huch! Das war mein Handy, warum ist mein Handy nicht stumm? Entschuldigung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Klingelton, beziehungsweise Notification-Ton erkannt habt. Katastrophe. Nichts Katastrophe. Ja, ich dachte, der Typ hätte schon fertig angegriffen. Hey! Blöd, Mann! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Oh, der Klingelton. Und Ende. War eine schnelle Runde. Also, ich muss sagen, ging die Kaisen schon extrem einfach inzwischen. Ähm, von dem her. Hey, ich hör doch was hier schlagen. Hier schleif doch. Ach, guck mal, wir haben uns schon wieder gewonnen. So schnell geht das! Wahnsinn! Boong! Ich bin nie schnell genug bei... Äh! Jetzt darf ich gegen den Typen kämpfen, der so aussieht wie du. Ich weiß nicht, ob mich das glücklich macht. Er ist ein ziemlicher Lach. Er hättet mich also in dem Sinne schon ein bisschen an dich, ne? Ja, danke. Na... Weg, Mann! Jetzt geht's erstmal noch richtig schön auf die Schnauze hier, du. Oh, wo sind die Pfeifen? War ich mich auch schon die ganze Zeit? Da ist ja einer! Hallo! Hey! Oh, oh! Ich hab ihn. Unauffallbar! Hey! Hey, was soll denn das? Oh. Die blöde Kuh. Hey, lass das doch! Ja, toll. Hat der mir den Kegel klaut! Hey, lass das! Das ist aber ein Sprachwort hier. Ja, ich kann ja nichts machen. Die Truller ist einfach zu schnell. Ja. Aber ich bin immer noch besser als dieser Major-E-König. Der ist einfach kicke. Gut Wunsch! So. Wir haben zwei Runden, wir haben neun Minuten. Ich weiß nicht. Wollen wir noch ein Ründchen? Ah, 119. Oh, ich hab ne Gravur. Das Gesicht als Gravur. Geiler Scheiß. Liebe Freunde, ich würde sagen, äh, wir machen ja in der nächsten Folge weiter. Zwei Runden fehlen noch, bis ich die fünf Matches voll hab. Und danach gehen wir wieder gegen, äh, auf PvP. Und dann kriegen wir wieder mächtig ausmahle. Lasst uns mal den Sieg gönnen. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut. Bis morgen. Und make the fun be with you. Tschüssi! 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 Tschüssi!